Lukas Kunze, herzlich willkommen zu Tag 4 von Wer weiß mehr. Marius Wörl hat mit 20 richtigen Antworten vorgelegt, das ist bockstark. Du hast ja letztes Jahr in der 2. Liga gespielt, deshalb haben wir uns gedacht, wir finden mal raus, wie gut du die 3. Liga kennst. Und zwar darfst du alle 20 Vereine der kommenden 3. Liga-Spielzeit aufzählen. Und den Countdown starten wir in 3, 2, 1 und los. Bielefeld, Haching, 1860, Osnabrück, Bielefeld. Jetzt will ich einen kleinen Hänger. Bielefeld, das ist mal ruhig. Ingolstadt, Cottbus, Dortmund 2, Hannover 2, Stuttgart 2, Osnabrück. Das war's. Wie viele Antworten haben wir? Neun. Neun. Also es ist ehrlich, dass du Bielefeld doppelt gesagt hast, das finde ich schon sehr zufriedenstellend. Ansonsten hast du dich zumindest vor Leon Schneider gesetzt. Ja, das ist schon mal wichtig. Ist das okay für dich? Ja, also mir war wichtig, nicht Letzter zu werden. Von daher, man hätte natürlich mehr wissen können müssen. Aber Hauptsache nicht Letzter, von daher alles gut. Hast ja noch zweieinhalb Wochen, bis die Saison losgeht. Dann kannst du den Spielplan nochmal einprägen. Perfekt. Danke fürs Mitmachen, Lukas. Gerne.